PEGI 18 Dieses Schiff steht unter strengster Quarantäne. Dies ist ein geschützter Raum für diejenigen, die offen sind und ein Talent für Wissenschaft haben, um die Grenzen menschlichen Bestrebens zu erweitern. Außer Sichtweite vor neugierigen Blicken und zynischen Spekulanten. Das einzige, was hier zählt, ist der Fortschritt dabei, wortwörtlich nach den Sternen zu greifen. Sie ist unser schwimmendes Zuhause und die Wiege der technologischen Entwicklung der Menschheit. Sie befinden sich in der Zukunft der Menschheit und sind sehr, sehr willkommen.